Hallo, im folgenden Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch eure Schuhe in ein paar Schritten so zubünden könnt. Los geht's! So, als erstes braucht ihr natürlich euren nicht zugebundenen Schuh. Dann nehmt ihr euch die beiden Schnürsenkel und zieht daran erstmal. Wir wollen ja auch, dass unser Fuß richtig im Schuh sitzt. Dann nehmt ihr wieder die beiden Schnürsenkel und kreuzt sie und macht dann so einen Knoten. Ich denke ihr wisst, wie das geht. Und dann nehmt ihr den einen Schnürsenkel und macht so eine Schlaufe. Dann nehmt ihr den anderen und führt das hier rum. Dann habt ihr so ein Loch hier und macht dann wieder so eine Schlaufe hier. Und dann zieht ihr einfach nur noch und schon seht ihr, wir haben jetzt hier einen Knoten. Ja, das war's jetzt hier vom Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Tschüss!